Willkommen zurück zu Noskov, eine weitere Runde zusammen mit Satan, Shantao und dem Flesk und ja, in der letzten Folge habe ich ja eine neue Klassenfreischaltung bekommen. Oh, wir sind sogar diesmal Vampir als erstes, geil. Was wollen wir machen? Die Gegner haben noch nichts gewählt. Lassen wir noch warten einfach. Prophet? Ne, wie immer, für einen Täuscher. Alchi, die haben schon einen Alchi. Alchi ist immer mies, wenn man Nahkämpfer nehmen will. Aber ich nehme jetzt den Reaver. Nimmst du den Bindel? Nice. Ich bin Tyrann, ich habe den Sprungaruf dabei auf der Map hier. Auf der Map, okay. Ne, wir kommen mit dem Speer raus. Müsst du aufpassen, das wäre jetzt nicht weggesnabt werden direkt. Bei der Brücke, bei der Brücke hinten gleich. Die laufen gerade zur Brücke, jedenfalls der eine Alchi. Oh, der Speer ist schon auf dem Dach. Okay. Holen wir den gleich. Den hoch, dann kann ich springen. Ich bin hinter den. Ja, ja. Go, 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 go. Der Alchi hat der Hälfte Leben, äh, oder fünf Leben. Oh, vielleicht müssen wir den Weg genommen. Ne, das war nur der Prophet. Der andere war nur low. Okay, nice. Ich muss ihn erlassen. Na, die du. Alter, waren wir alle low. Kalkuliert, Alter. Hier ist noch eine Alchi. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, gleiche. Ich bin voll. Ja, ich bin fair. Schlitz. 4-0, nice, Leute. Na, hier unten ist ein Alchi wieder. Die kommen wieder, die sind in der Mitte. Rechts, rechts raus. Giftpombe liegt. Einer tickt, einer tickt, einer tickt. Er fliegt von hinten rein, ne? Einer ist Hälfte Leben. Schon hochget... Der hat Flammen gelegt. Ein Alchi hat auch Hälfte Leben. Ich spring rein. Ah, fuck. Nein. Der hat mich. Alter, der Wurf. Der Wurf ist ja episch. Nice, man. Sehr gut. 8-2. Ist okay. Du musst einen essen. Oh, ich hab's noch geschafft. Ich hab einen, ich hab einen. Kommst du mir hin? Gott sei Dank. Ich hab schon, ich hab schon. Kommst schon. Du kannst den essen schon da. Die sind am, äh, die sind an diesem Flammen. Hinten rechts. Ah, okay. Die stehen da alle in einer Ecke. Der Speer steht immer so ein bisschen abseits. Also stand gerade zumindest ein bisschen abseits. Ja, dann pfeif doch ab und, keine Ahnung. Ich bin hinter den. Komm mal, das ist einfach so eine Schelle für solche Witz zu verdienen, weißt du. Bäm. Alter, nice. Oh, du hast ihn einfach weggenommen, was? Ja, natürlich. Ich hab ihn aber im Wurf gehabt. Ah, ich bin noch verbrannt, ey. Diese Scheiß. Profeter 300 Leben. Alter, ich bin ja super drin. Boah. Der heilt gerade in der Mitte, der Profet. Nee, der meint. Der hat immer noch so wenig Leben. Alter, ich bin schon zweimal gestorben, ey. Ich geh auf die Mid-Plattform hoch und dann spring ich da rein. Die sind hier in der Mitte? Oh, der hat geil. Äh. Hab ich. Wow. Bäm. 500 Damage macht der Krug mit dem 200. Alter. Gott, wir werden. Boah, holy shit. Alter. Wie du den wegwürst. Nice. 15,6 ist echt gut. Da ist ein Alti unter uns hier. Oh, nicht nur der. Ich bringe. Oh Gott. Oh ja, oh ja, oh ja. Nice. Alter. Ein Alti habe ich. Nein, ich bin tot. Wer ist tot? Ein Alti ist auch. Ja, nice. Da ist noch ein Profet. Okay, alle abgerückt. Okay, nice. Sehr gut. Alter, meine Maus, die wird so vergewaltigt hier in dem Game. Wenn du noch eine Leiche per weg? Oh, könnt ihr reinspringen? Ja. Oh, die Bombe. Nice. Oh Gott. Ups. Mist. Oh, ich bin tot. Hier ist noch ein Profet oben. Ähm, Alti. Hier habe ich. Schon jemand. Oh. Klamm. What? Haben wir noch was essen? Nee, ne? Nope. Hier oben liegt noch einer. Wo hocken die? Oh, merkst du es? Das ist nicht wahr. Ähm. Was machen die denn? Wo sind die so gemeint zu mir? Halt. Aufhören. Okay, ich lebe. Mit 32 Leben. Sind die Boys? Die sind hier vor der Brücke. Die sind links neben der Brücke. Ja, ja. Alter. Hast du einen? Boah, Alter. Diese komische Lichtbombe da. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Weckspringen. 10 Sekunden, dann kann ich reingehen. 4 Sekunden. 3. Ab rein. Ich kann reinspringen. Verdammt, geh. Oh, verdammt. Alter, der hat mich mit der Lichtbombe gekillt. Ah. Ein IT von denen hat irgendwie 50 Leben. Nee, der ist tot. Der ist tot. Achso, okay, nice. Ja, stimmt. Der ist tot. Oh, Flask. Oh, fuck. Alle bei der Brücke. Ja, wir müssen jetzt einfach rippen, bis Lesk wieder lebt und dann rippen wir die. Oh. Alle bei der Brücke. Wolltest du ganz schnieky die eine Leiche ums Eck ziehen. Nope. Oh, hier ist eine Granate. Sind du da, Flask? Ja, ich fliege gerade ein bisschen hoch. Ich bin da, ja. Abgehoben. Ich kann reinspringen. Ich bin hinter den. Ich kann, kann, go, go. Oh, zweit. What? Nein, ich muss raus. Die 10 Leben. Ah. Aber ich werde wahrscheinlich noch krepieren, oder? Die sind alle hinten. Mit einer Brücke. Gleich rein, schon, Tau. Boah, Alter, diese Eichhies. Mit den komischen Multibomben. Ich kann rein gehen. Ich kann rein gehen. Aber ich gehe auf den einen Jäger hier. Nein. Jawohl. Oh, der ist am Fallschaden gestorben. Oh, der Ollo. Hab ihn. Hab ihn. Ein Jäger ist runtergefallen. Pelk, pass auf. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Was? Beim Haus hinten, oder? Die kommen jetzt zu uns, die kommen zu uns. Im Westen der Map. Die sind in der Mitte, in der Mitte. Da sind zwei Altis gerade. Uh. Ein Alti, in der Mitte. Genau in der Mitte. Kommt, Diana, auch in die Mitte. Runter. Ab hier. Nice. Nice. Alter, damit muss man echt erstmal klarkommen, ne? Dass man als Reaver mit den Spells zwar viel Schaden macht, aber relativ häufig stirbt, ey. Boah. Relativ häufig viermal? Naja. So, jetzt spielen wir mal den Prophet. Was spielen die denn hier da für Spells? Die Standards-Spells? Ja, die Standards-Spells, ich weiß nicht. Ja. So, viermal Prophet, oder wie? Das wird aber was. Nice. Ich hab den noch nie gespielt, ne? Verlassen einfach viermal Prophet, ist doch egal. Verwirrung des Todes. Müssen wir sowieso mal machen, solche... Ja, wobei dem Sentinel, gegen Sentinel sagt Prophet, natürlich. Ja, dem weißt du ja trotzdem mit dem Q abschießen, ne? Ja, aber das ist ein bisschen hart. Ich mein, Sentinel triffst du doch viel leichter mit dem Prophet, als mit irgendeiner Andrik-Klasse finde. Alter, wie ist'n der zerrippt? Ja, aber an Sentinel willst du ja auf Range poken, normalerweise. Warum hat'n der so Kratzer, der Prophet, alter? Was da, ja? Voll die Narben, der Boy. Du kommst bei Prophet zuvor, als ob du immer viel näher am, am... ...der Klasse dran bist, weißt du das mal? Ja, das kommt mir aber auch so vor, Alter. Beim Vanguard und beim Prophet. Beim Vanguard, das ist besonders schlimm. Hank ist schon dran, Vorsicht. Ne. Ah, ich wurde gecatcht. Ja, ich auch. Bin wahrscheinlich tot. Ich hab' ne Beschwörerin auf mir. Ich brauche Hilfe. Okay. Wie funktioniert denn der Q-Spell vom, äh... Einfach abschießen. Einfach abschießen. Okay. Ich glaub' ich wechsle mal die Klasse M. Keine Ahnung, die springen einfach so hart rein, da... ...brauch'n mal einfach kein Feuer. Ja, ich nehm' den AOE, AOE-Lifsteel gegen die. Hatte ich ja auch, aber ich konnte halt nichts dagegen machen. Das Tier einfach reinjumpen. Okay. Der kommt, der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt, der hört mich schon wieder. Ne, Alter. Alter Schwede. Nein. Ist aber auch heftig, ne? Fuck. Hinter dir. Ey. Ja, hab' ich auch. Nice. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Erstmal klarkommen mit dem Prophet. Das ist gar nicht so leicht. Ah, hier ist niemand also. Wot's denn? Können's auch verstecken und einfach warten. Ja, jetzt gehen wir in den Busch, in den Busch. Komm, komm. Theoretisch, ganz ehrlich. Theoretisch gesehen durch die... ...gegen die zwei Sentinels kannst du lieber in... ...den Dings gehen. Alter, pass auf, gleich kommt ein Pokémon. Come on. Ich krieg mal diese Granaten rein. Der kommt, der kommt. Natürlich genau auf mich. Natürlich. Der ist von denen, der hat mich. Ah, der hat mich. Okay. Oh. Nice. Der war nice. Alter, ich treff gar nichts. Hier im Haus glaub ich ne... Ne. Oh, pass auf. Bombe, 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 Bombe. Boah. Egal. Oh, hier. Oh. Ja, der wollte greifen und ist auf den Boden geflogen. Ein langes Teil. Okay. Er kriegt uns hier. Check, bin tot. Alter, die machen mich einfach im Nahkampf. 8-6. 9-6. Okay. 9-7. Nice. Sehr gut. Alter, ist gar nicht so einfach mit dem Prophet, wenn man den hier spielt. Den hast du, oder? Ja, nice. Ja. Äh, komm mal zur Brücke gelaufen, Flask. Oh, fuck. Komm zu uns, komm zu uns. Wir sind da, wir sind gleich da. Das ist safe. Enttäuschend bei dir. Alter, Schweder. Das ist gut. Scheiße. Ein Tank. Mega low. Ich hab ihn. Shit. Oh, wir sind auf der anderen Seite, wenn wir... Ich bin ganz weit weg, ja. Wie viele haben die Seiten? Ja, eine ist klar. Lol, wieso hab ich den gekillt? Oh mein Gott, der hat sich selbst umgebracht, wir hatten Pfossen. Okay. Ist doch. Wieso beschwören noch? Der Tank. Pass auf, Schatau. Ah. Das war zu viel. Hast du den, der hat mich? Tada. Ist noch ein bisschen zusammenblempft. Alter Schwede. Ey. Dieser komische Scheiß-Täuscher, man. Der hat mich so gerappt. Tod. Ah, schade, schade. Wie kommst du dieser denn? Oh, du, du schießt ja scheiße. Du, du läufst von uns weg, ne? Ja, ich versuch die gar nicht grad zu killen, aber... Es ist irgendwie unmöglich. Die sind... Ich hab das Gefühl, dass die Kanone einfach nicht mehr so breit ist, wie sie vorher war. Also... Man trifft die gar nicht mehr. Ich mein, der Tank, der Tank wurde ja um 2,5% kleiner gemacht, damit wir den nicht mehr so leicht trifft. Ernsthaft? Ja. Naja, ich mein, 2,5% ist jetzt nicht so viel, aber... Ja, der war schon ziemlich krass. Dies doch. Wie ist ein Täuscher bei mir? Bei mir? Bei mir? Bei mir? Wir sehen, der ist ins Haus reingelaufen. Wie mich? Na, Speedfall. Vielleicht oben drauf, oder? Ne, da ist er nicht. Oh, das ist überschwören. Der Tank kommt, der Tank kommt, der Tank kommt. Ja. Ey, was ist das für ein Bug gewesen? Wenn nicht der ist uns denn gestorben? Ja. Völlig der. Ich bin tot. Und Perk. Bei uns kommt Perk. Na, ich wusste, dass ich sterbe. Aber ich hab zwei Leute mitgenommen. Bis er wieder kommt. Tank kommt. Ist der bei mir? Bitte. Oh, das... Hä? Ne, das ist... Ne, doch dann. Oh, nice. Die ist so ripp, alter. What the fuck? Wo ist der? Da. Sieh auch nix. Da hinter mir, Tank. Oh. Hä? Wer jetzt schon wieder... Wie steh ich denn da? Instant? Wer? Mach du hier. Ich muss mich heilen, Alter. Ich hab 20 AP. Wer, wenn er tankt, sein Rage anmacht... Rage anmacht. Äh, dann rennt er dich mit 500 damage weg. Oh, die sind rüber... äh, Toscher bei mir. Oh, wow. Wie schnell der denn angegelaufen. Oh, nie. Tanket euch, tanket euch. Seht euch. Kann ich nicht nur der. Die Täuschung muss ja auch gerade Tosch ausstehen. Jetzt brennen sie, Alter. Endlich. Oh, hinter uns noch nen Tank. Hab ich ja auch nix. Komm mit zu euch. Täuscher im Haus noch. Da wo die Tanks waren. Oh, ich krieg da noch einen. Oh, der Tank läuft. Oh, wow. Triff mich. Loll. Alter, der hat die Schockwelle. Ich hab jetzt gar nicht gerechnet. Gibt's bei. Nice. Ich hätt einfach so auseinandergenommen. Nice, nice, nice. Trotzdem gut. Trotzdem gut. Alter, die Klasse ist aber echt gar nicht mal bad, dieser Prophet, Alter. Ich glaube, das macht echt Laune, wenn man den spielt. Ja, wir haben gewonnen, ne? Das ist wirklich cool. Alter, wie ich einfach pro Runde irgendwie 7.000 Erfahrungen bekommen habe. Wenn du denkst, vorher haben wir immer nur so 2.000 bekommen, ne? Boah, ist halt dreimal so lange, ey. Bei der Triple Booster. Ja. Jetzt schon nicht ohne. Jo, nice. Da haben wir die Boys, die Noobface, McTards, weggeholt. Und wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. 15 und 11 steigst du am Ende noch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wieder was das für heute. Schreibt das in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.